ich muss mich letztens habe ich noch nicht ganz nötig was meinst du kennst du kennst du nein ja er hat mir wahrscheinlich eine freude ach das habe ich dir längst du hast mich schon jetzt aber ich weiß ich weiß ich weiß ich kann es mich irgendwie einerseits verstehen oder kannst du gar nicht verstehen ob ich das gesagt habe ich kann es einerseits verstehen es kommt nicht zu dir ist klar ist klar wenn du dran bist ach komm ich immer zu ihm ich hatte seitdem ich würde ich jetzt zwei feuerblumen bekommen können nein trotzdem hätte ich das bekommen können blumen blumen ja jetzt die zeit müssen die ziemlich einfach man muss ja ich bin habe ich auch nicht so viel schmerzen angewohnt schmerz zu hausau kong wie immer jetzt haben wir können das konstrukt in verstehen irgendwie und jetzt ist ein rhythmus genau wenn das ding dann links geht dann ja ich wollte in diesem moment du musst jetzt schon da sein ja ich habe glück gehabt also vor sich aber auch wenn ich etwas gutes über die zu sein immer pech in dem moment du weißt du genau zwischen dem was ja ich mache das ist mir egal ich verstehe es nicht ich habe manchmal solche momente wo ich gut bin danach auf einmal tot ich bin gerade echt mit dieser lücke gestorben oder zwischen den beiden weil ich immer groß oder klein gestorben aber nein stimmts große hey was los mit mir warum sagst du nichts ich habe nicht gehört dass gesagt egal wer sowieso erfahren was ich muss du musst dich nicht bilden du musst dich nicht bilden du musst dich nicht blicken du musst dich nicht blicken ja okay freundlich sind kann die kümmern die kümmern die kümmern die die habe ich die 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 weg es ist echt so wie gesagt spät der koläre aus da ich habe dann links man kann ja da bist du sicher da bist du sich ich weiß man kann die wissen ich habe ich mir auch hier gestoßen ich denke immer wieder an diesem moment das noch mal gesagt die mann noch einmal oder nicht haben wir brüder nimm mal die zwei hämmer haben so was sind vier welten da weißt du das hier wird sie vor dir bis zum moment post ist und ein recht erfahrung ich kann es ich habe auch ich habe mir das ist jetzt schon so groß ich weiß nicht ob ich eine münze verfügt habe jetzt aber nicht gut dass ich 2 1 3 die erste muss allerdings sei dass ich sterbe warum gehst du weiter nach der denken so hier ach dass sie doch wie geht das ich verstehe die logik nicht er kann was einmal erklären wie das jetzt gerade passiert ist ich weiß nicht die zweite mal irgendwann hier irgendwo links und keine ahnung die bereich unten ehrlich die erste war ein bisschen wissen wir uns bis heiße mann da war eine lücke deshalb und die lücke ich hatte vielleicht leben die lücke ich hatte das verkürzen mit der stückseite jetzt schön mal geschafft ich verstehe nicht die fahne das jetzt einfach gemacht wurde ich habe es nicht in der Suche das ist wir sehen wie zurück ja 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 das geschafft der Sonnensitz weiss ich mein ja und so viel nein nein ich bin ausgucken logik ja du hast ja alles deswegen scheißdruck ich bin so bezug und doch nicht ich kann ja eigentlich nichts mal aufhören gucken wir schneller ist so ganz kurz aufhalten das sind jetzt so wenn du durch die kleinen eingang ist egal was am ende da gibt es was speziell es gibt ja die geheimen wege sollen die eigentlich machen eigentlich bringt ja nichts weil wir schon alles gezeigt haben auch nur die geheimen wege zu den kanonen seien die unnötig ich weiß nicht muss schön ich will ihnen zeigen wir nur alles was auch für unten den unteren weg schützt ja ja schützt ja meine frau deine besten freunde sind so egal was so eine traumhafte werden da kommen sich den komischen kanon richtig krieg ach so ums das ist jetzt können darf ich sie kannst nicht darüber ist oder da kann man doch im fußball wie wir zu ihm mann ich mache jetzt ein bisschen mehr auf jetzt kriege ich das dann okay okay jetzt aber jetzt hallo mit etwas schmacken bitte jetzt aber jetzt ja ich bin sehr geduldig mit dir so einfach so direkt jetzt schnell ich hoffe dass es nicht gewonnen wird jetzt gibt es eh nicht ich habe gar nicht auch geachtet dass da wie soll man als klein dahin gehen jetzt hier oder was kann ich mir gut vorstellen aber da ist die münze ja ich glaube da ist die münze und wir kommen da raus wo du gerade warst ich wollte ja schnell schmied ich weiß doch was hier drin ist blume ja sehr genügend irgendwie langsam oder kriegt auch noch nicht davon gibt es müssten noch weitere kommen ich kann ich sagen es ist jetzt im ernst ich weiß nicht ich weiß echt nicht wie man da hinkommen soll ich glaube ich glaube es kommen muss wieder glaube ich da ganz nach rechts da sage ich doch waren die nerven gibt mir bitte blumen ja das ist man noch mal von hier jetzt nach links sind die wieder da muss jetzt wieder soweit ja jetzt jetzt nach rechts die kommen nicht mehr wieder mega scheiß drauf nein da kann es nicht rein bis am ende noch mal das so muss darauf weil ja ist ich nicht wo ein treffer zu unterstützen ein egal ist nicht richtig ach ich hab ach so doch jetzt da war die münze oder bei dem kleinen micro dort werden wir sagen hier oder kleine micro ein weg da dahin können sie sein keine ahnung nein wir gehen nach rechts nach oben stimmen stellen wir sehen mann so ich verstehe es nicht ich verstehe es ist nicht ich wollte das holen aber ich jetzt eigentlich mal kurz muss jetzt mal gucken muss jetzt mal kurs an ihre verteidigung gewinnen niemals wenn ich welche geringer den pizze holen da holen ich mich gut so heute mal ich brauche ich wusste schon micro ja es lag am micro hier sind so viele koopas hier verdammt ist ganz wichtig zu haben einfach so so unschützlich nochmals ich habe schon gesagt man hat zwei kuppers nicht aber war irgendwie schon klar oder ein kummer muss uns töten hier war es ein riesen das ist der entgegnete von uns von mario muss ich weiß ich gar nicht so wie man sich geletten bau sagt nein da kann also auf jeden Fall am Schluss aber weil ich weiß nicht weil er am anfang ja wir konnten diese welt schon weil es überall kuppers ist jetzt die münze du musst echt die erste münze bitte nicht das ist ja ich nehme es zurück ich nehme es zurück ja ich dachte vielleicht sowas können kann passieren kann mit das ist jetzt habe ich auch die blöcke kaputt macht diese peter sie bewegt nicht springen die müssen bringen wir nichts doch leben ja wer von den genügend hast wir haben ich doch guck doch erste münze ja ja ich nehme zurück mein fehler aus wie die fahne guck doch das ist was anderes das ist ein spezial wieso ist da die münze ich verstehe die logik nicht und die machen wir weiter wir müssen sowieso am ende für alle müssen ich war in der hälfte bei der hälfte fertig ne ich weiß oh nein so was hast du hast mir mal gesagt hab ich ja vergessen ich verstehe jetzt nicht wieso man da nur eine münze holen konnte na ich war doch mal die welt muss eigentlich easy sein kann ich extra sie können das nicht extrem schwer jetzt ja war wie die münze jetzt kein so mario ja ich habe ich noch vor wir würden das spielen ja ja ich immer vor wie wenn das extrem jetzt spielen wenn alles kalt abkürten habe ich will am schluss wir haben seine verzweifelte mit daten krokkenhaus niemals gewinne also ich war ja so natürlich einer seite wir haben eine seite gelacht und andere waren so dumm dass wir nicht weitergekommen zu nun gegenseitig verflucht haben was der gegner die würde nicht noch die wird euch das ist einfach verrückt das war mal das geld ist vom feinsten das muss man auch so machen das ist jetzt gut gemacht guter jünger ich will mal ich will nur wissen was da drin ist man kann ja nie wissen das ist ein problem ja sie ist doch für was gestorben und und das sowieso gespeichert also ist egal ich glaube es kann zwei scheiße man da ist nichts ich habe keine scharfe wieso hatte ich habe aufgenommen und dann mal abspielen lassen oder wie perfekt ich hoffe denn wirklich so scharf aufgenommen das ist ein zeitgleich in der gruppe aus mama starrt money boy weiter ich habe jetzt auch warte warte ich will jetzt mal wenn er ist er ist mir ist so egal ne ist gerade ein handy ok weiter geht es ich habe gerade gesagt ich will später zu facebook auf ja mutter hast du nicht das ist ach so haupt ist da willst du es lassen dass die kommen macht ich habe mich doch aber diesen moment werden so viele kommentare kommen ich verstehe es nicht aber dann habe ich mir auch selbst gut genommen das ist unnatürlich und weil sie echt bei mir beim ersten part das geschafft habe lachen nicht mal da ist auch noch mal in den ersten part oder dabei ein riesen kumpel aber sollte sein wie man wenn sie kommen alles musste über das level die riesen tiraner pflanze kämpfen muss als mini kämpfen aber voll easy abschluss war so schwer haben so wenn er fährt doch er fällt dann oben dieser piranha und danach aber er fährt nicht genau er beim letzten ist er nicht sofort auf mich direkt gefallen wir wollen so noch nicht darüber und dann so sagen wir das hier ne der fliegt er ist der bliebte schon zu stehen der Lufthansa zu werden und dann weiß das macht er noch so die er geht auch bis nach links endlich direkt nach unserem lieben bis nach links zu mir meine richtung so ich habe mich auch so für das kann man den neuen ich habe kein Weg hier glaubt ich hier so aber egal kommen weiter muss er immer mit dem Spiel weiterkommen ich lache nicht sterben ich lache einfach nicht ich lache doch sterben nein oh nee ey das haben wir auch Video und ich so einen Moment der war lustig ja ach ja scheiße mal wenn ich daran denke muss ich wieder lachen jedem passiert mal fällt ey das ist auch deine Schuld du hast du gegeben okay ich habe schon ein paar Welten drei Münster schon geholt gut machen die Arme jetzt wissen die Arbeit gespart hat sich schon erzählt bei Layton haben wir alle Rätsel gefunden ne ok was ist jetzt ich habe ich habe doch gesagt du hast nicht gesagt die alle Rätsel wenn ich sage wir haben alle Rätsel mal heißt das ok ok auch so Bonus Rätsel die fehlen ach so ich habe die alle Rätsel gefunden im Wege ok jetzt musst du ihn auch schon sehen siehst du das mache ich damit er ist auch bei der Welt die Welt sieben auch so ja so ich weiß schon aber ich bin nicht so ganz schön ich weiß schon es ist okay so ich ich will sie kratzen gott und trotz nur ja geh weg durchlaufen er für die krieger er hat man einst die das haben 2011 oder 2010 kam ja er ist von kacke dafür auch der war gut ich bin ja angekommen noch angekommen ich habe ich hatte neben einem moment ich hatte immer einen moment angst ja aber der war trotzdem ich habe einen anderen film heute geguckt so weit also rite das ritual das ist heftig so habe ich auch nicht haben die trelle angeguckt wie soll ich ach so was denn ich wusste nicht jetzt weiß ich nicht das heftig habe ich mich voll erschrocken das heftig so richtige schockmomente wo man denkt man geht nach hinten münze ok ich dachte spiel doch mal ich kann ja wenn die riesen nein man hat man sind man hat manchmal seine fehler stimmt du schlackst mich jetzt so du hast doch noch geschlagen du warst doch noch geschlagen man wird einfach gut aussehen das liegt das liegt nicht ich hab's mal geschlagen entschuldige ich hab' das egal egal blöderische rumschании nochmal schlagen oder ist klar denn so die war in einerlichen gekommen kommt nicht an die Riesenpitz? Doch, vielleicht. Aber man würde hier sterben. Achso, ups. Weißt du, warum hab ich gesagt, aber geh zurück? Wir sind ganz am Anfang noch. Nein! Du bist doch schon bei der Flanke. Ja, deshalb. Das war auch am Anfang. Weiß ich nicht. Ich kann mich ja gar nicht daran denken. Nein, deshalb dachte ich hinten werden. Das war nicht hier. Aha! Versteh! Was hab ich ihm gesagt? Hä? Ich weiß. Hier. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es wieder alles kommt. Weiß? Warte, komm schon raus. Ich weiß, ich weiß schon. Aber... Hey, was nicht, wie hab ich denn? Äh, ja. Aber wie besinn ich's gemacht habe? Okay. Ich muss mal so drauf springen, ne? Mal bitten? Nein! Ich hab ein Profis erledigt und es kam nicht zu schnell zu Ende. 21 Rätsel. Hey, Alex, ihr... Alex. Ich hab die Part gerendert. Ich hab sie in einem ganzen Part gemacht. Alles? Ja, 54 Minuten. 52 Minuten. 52 Minuten. Kein Bock gehabt, alles her zu schneiden. Oh, Mann! Keine Linke. Warum? Heißt, dass ich auch sterbe? Der wird die Riesenpilze. Ich lebe... Warum wirst du sterben? Irgendwann schon. Nee, weil ich mein' eigentlich was anderes damit. Denk noch um die Ecke. Ich muss schon. Weiß noch um die Ecke denken? Weiß es noch? Weiß es noch? Weiß es noch um die Ecke denken? Man muss um die Ecke denken. Man muss ein Abitur und jetzt muss um die Ecke denken. Oh, Mann, Mann. Oh, wo hast du das denn? Woher? Dich? Ich weiß nicht. Das ist selbst erfunden, ne? Ja, ja. Spring. Ich bin mir der Einziger gestattet. Ach, das nicht. Mach ich mir eigentlich schon nach. Ich bin auch gestorben. Und so verloren. Und so hab ich's auch gemacht. Ja, aber ich will nicht. Verdammt! Feuer, Feuer, pass auf! Spring mal! Bonzenbrenner. Ey, wie oft sind jetzt gerade da gestorben? 5, 6 Mal? Das ist nicht schlimm. Ey, du weißt, ne? Okay, du weißt nicht. Du weißt, ne? Rat mal, wie viel Leben ich vorhin geholt habe. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Ne, dann nochmal zwölf. Wusste ich. Nein, ich hab nicht zwei mal zwölf. Dann. Für einmal acht und einmal zwölf. Nein, zwei mal zwölf. Nein, zwei mal zwölf. Nein. Nein, wirklich nicht. Weil du da vor einmal 15, äh, 5, also hast du da zwölf Leben dazu bekommen. Weißt noch? Also 17. Da hast du noch mal das gemacht? So. Egal. Einig nicht hab ich gehabt. Auch jetzt ist nicht egal. Fack, dann nochmal! Ich bin bis am meisten gekommen. Ich bin bis am weitesten gekommen. Wir bis am am weitesten gekommen. Wer gefahren wurde, ja, wollte ich gerade sagen. Wer ist? Wer ist? Nein, gleich bin ich dran mit der Stelle nicht. Nein, gleich bin ich dran mit der Stelle nicht. Nein, das ist so langweilig so. Mal können wir gegen den Boss kämpfen, aber erstmal alle Münzen holen. Und tschüss. Ah. Das ist ein bisschen schief, ne? Ein bisschen. Ein normaler Knurding wie. Du schaffst, du schaffst, du musst jetzt weit springen. Das ist nicht so leicht. Das ist so schwer dann. Weil du, weil du so einen kleinen Block drauf gehst. Du kannst keine Ahnung aufnehmen. Okay. Der Großmeister muss dran. Warum bist du da drauf? Wer ist hier von gesetzt? Ich glaube, so konzentriert zu sein. Ganz schön. Abitur. Ganz ehrlich. Immer wenn der so was sagt, so angeberisch, ne? So, was passiert. Irgendwas. Zum dritten Mal. Also, soweit ich das gezählt habe, der war. Hier, du ziehst das so gar nicht. Nein. Es kann so sein, das ist immer übersehen. Über... Also, ich hab's einfach weggelassen. Ich hab's einfach weggelassen. Ich hab's einfach weggelassen. Warum nicht greifen? Was ist das denn? Wow. Wunden drin. Trotzdem, du weißt, unsere Spitze sieht die Witze. Was? Einmal gehörst du in die Spitze rein. Ach so. Innendurch. Geht klar. Bring hoch. Bring auf die Wunden dran. Warum machst du das noch? Ich weiß es nicht. Ey, der große weiß. Ah, doch nicht. Warte. Springen. Ja. Ich wusste, wie ich jetzt willkommen bin. Wie? Ey, ich kann's nicht mehr. In dem Moment, wo's grad runterfällt, muss ich springen. Also, mittens, mittens. Aber ist der bisschen schwierig. Ja. Zu riskant. Ich glaub, steht vor der Störung von mir. Ey, ich sitz ein, ne? Ey, komm. Ey. Wohin? Was ist? Ich mach recht. Stern. Du musst in die Lücke. Ja, das ist klar. Das ist jetzt ein. Pass auf, mach aus. Jutti. Ja, okay. Kann man ja auch Spaß geben. Stimm mal. Komm mal in die Lücke. Der wollte da wie raus springen. Ach so. Springt ja so gar nichts, ne? Oh, oh. Verdammt! Das hat nichts gewonnen. Okay, jetzt ist der groß dafür. Ja. Jetzt. Loser, komm. Der geht jetzt nicht leicht. Verdammt! Was ist denn los? Jetzt. Du hattest es ja zumindest. Was? Ihr R2 Nummer 1. Jetzt. Pass auf. Was? Oooooooo. Ere. Du hattest es ja mismos. Vielen Dank.